Oh, Achtung, 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 Achtung! Oh, 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 Entschuldigung! Hallo, ich teste heute ein paar verschiedene Rodeln. Einen normalen Schlitten kennt ihr ja schon, aber habt ihr schon mal was von einem Snowtube oder Snowscooter gehört? Christoph macht für uns den Rodelcheck. Tessa, Valentina und Eva werden mir dabei helfen. Christoph und die drei Rodelcheckerinnen werden vier verschiedene Rodelgefährte auf Schnelligkeit, Sicherheit und natürlich auf den Spaßfaktor beim Fahren prüfen. Als erstes muss sich der gute alte Schlitten beweisen. Los geht's! Brems, Test, bestanden! Super! Christoph und Valentina probieren, wie gut sie zu zweit fahren können. Ob das gut geht? Zum Glück ist der Schnee schön weich. Hat's dir gefallen? Ja, aber besser ist, wenn wir ein paar sitzen. So, jetzt bin ich auf die erste Bewertung gespannt. Einen bis fünf Sterne können sie für den Schlitten vergeben. Eine letzte Besprechung und hier ist das Ergebnis. So, wir vergeben für den Schlitten tolle vier Sterne. Gut, aber es geht noch besser. Kann das nächste Gefährt den Schlitten übertrumpfen? Das schaut eigentlich aus wie ein ganz normaler Scooter, nur... ...verreifen. Aber fährt sich der auch so? Also, der Scooter geht in der schwarze Vorn. Bei Valentina sieht es leichter aus. Also, Kurven fahren geht gut, Springer hingeht auch. Das Springen muss Christoph natürlich auch gleich testen. Ach, Christoph! Wie sieht's denn mit eurer Bewertung aus? Also, wir vergeben für den Snowscooter drei Sterne. Der Schlitten bleibt also in Führung. Weiter geht es mit dem kleinsten Gefährt. Wie nennt sie so was? Ja, Zipfelbob. Zipfelbob, genau. Oh, 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 oh! Das war nix. Können das die Mädels besser? Eva kann das Gleichgewicht halten. Valentina leider nicht. Tessa probiert es sogar rückwärts, scheitert aber auch. Also, wie findet ihr den Zipfelbob? Ja, er kann halt vielleicht besser rutschen. Und ich find's irgendwie schade, dass man nur alleine fahren kann. Also, so besonders schnell bin ich nicht geworden. Eure Bewertung bitte? Wir vergeben für den Zipfelbob leider nur zwei Sterne. Damit ist die kleine Rodel aus dem Rennen. Bleibt nur noch der Snowtube. Kann er die strenge Jury überzeugen und den Schlitten vom Thron stoßen? Also, Spaß haben sie auf jeden Fall. Aber reicht es für fünf Sterne? Okay, wir sind uns alle einig. Wir haben einen klaren Gewinner. Fünf Sterne für den Snowtube. Hey, hey, so war das nicht ausgemacht! Guten Rutsch, Christoph! Viel Spaß beim Raufrennen!